Heute hat die Lehrerin von einem Land namens Afrika erzählt. Sie sagt, unsere Mama stammt von Königinnen da. Das bedeutet, dass wir königlich sind. Tag auch. Ich brauche eine Frau für mich. Selbst wenn wir uns trennen müssen, du und ich, wir sind auf immer ein Herz. Runter von meinem Land! Ich schreibe dir jeden Tag! Nur der Tod kann mich daran hindern. Oh, Miss Silly! Bestimmt hast du hier doch gar keine Verwandten. Ich hatte nur meine Schwester. Sie war die Einzige, die mich je geliebt hat. Es wird Zeit für euch, die Welt zu sehen! Hier muss es jetzt mal anders werden! Sieh es an! Das ist nichts für mich. Unsinn! Wir müssen aussehen wie die. Das Lachen will ich in Farbe sehen. Da kann dir keiner widerstehen. Na, wer sagt's denn? Wir müssen aussehen wie die. Liebe Silly, wir sind mehr als Könige und Königin. Wir sind das Zentrum des Universums. sniper der Werbeise will ein Testargen. Weis Radio! Inverteid. ッ